BTN de Viermischel, heimliche Hochzeit mit Sturm der Liebe Florian Frohwein? Haben Ex-BTN-Star Levermischel und Sturm der Liebe Mime Florian Frohwein etwa geheiratet? Erst wenige Monate ist es her, seit Ex-Berlin, Tag und Nacht Darstellerin Levermischel und ihr Freund, der Sturm der Liebe Star Florian Frohwein, ihre Liebe öffentlich gemacht haben. Seitdem teilen sie ihr Glück mit ihren Fans auf den sozialen Medien, Posten süße Liebesnachrichten und Bärchen-Schnappschüsse, neue Fotos auf dem Instagram-Account der Schauspielerin und Sängerin sorgt nun allerdings für mächtig Furore, es zeigt die 26-Jährige in einem weißen bodenlangen Spitzen-Hochzeitskleid in die Kamera strahlen. Hat das Paar etwa heimlich geheiratet? Mitnichten. Die Bilder entstanden bei einem professionellen Shooting, die junge Frau ist nebenher nämlich offenbar auch als Model aktiv. In den Kommentaren überschlagen sich die Fans vor Begeisterung, und nicht nur die. Auch Levermischels Freund Florian Frohwein ist von dem Anblick entzückt. Ein Traum? So sein Fazit, auf das diese mit uns das von meinem Traummann erwidert. Awww. Bis wir solche Fotos von den beiden sehen, müssen wir uns sicher noch ein Weilchen gedulden. Aber wir sind sicher, zauberhaft wird Levermischel so oder so aussehen. Wenn bei ihr eines Tages die Hochzeitsglocken läuten sollten. Bis zum nächsten Mal.